Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wirklich jetzt. Ich danke allen meinen Abonnenten und allen meinen Zuschauern, dass ihr mich so motiviert, dass ich hier weitermache und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch ein paar schöne Jahre verbringen können. Aber ich mache das Video jetzt hier einfach mal kurz. Ich habe vor circa zwei Wochen eine Abstimmung gemacht und da ging es um die AI-Diskussion. Ihr wollt, dass ich einen ausführlichen Dialog mit Künstlern mache und darauf habe ich auch mega Bock. Wenn ihr Künstler seid, dann meldet euch gerne bei mir in Discord oder wenn ihr Künstler kennt, dann könnt ihr sie ja mal auf mich aufmerksam machen oder umgekehrt mich auf sie aufmerksam machen, wie auch immer. Dann melde ich mich vielleicht bei ihnen. Worum geht es? Ich möchte einen Livestream machen und möchte mit Künstlern reden. Ich möchte über folgende Themen reden. Über ist AI-Art Kunst? Ist AI-Art illegal? Beziehungsweise Diebstahl, es wird ja mal als Diebstahl bezeichnet. Und nehmen AIs unsere Jobs. Das sind die drei großen Themen, über die ich in dem Livestream sprechen möchte. Mit den Künstlern. Ich hoffe, dass sich ein paar melden. Ihr müsst auch keine Künstler sein. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt, im Allgemeinen, wenn ihr entweder gegen oder für AI seid, wie auch immer und einfach mitreden wollt, meldet euch bei mir und dann schauen wir mal. Meldet euch einfach über Discord. Link in der Videobeschreibung. Schreibt mich an. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, dann das nächste Thema. Ich möchte Livestreamen. Habe ich ja letztens erst angekündigt. Ich möchte jetzt ab nächstes Jahr mehr Livestreamen. Und ich würde sagen, ich fange morgen am 1.1. direkt an. So gegen 15 Uhr. Ich habe einfach mal Bock, einen Kunststream zu machen. Ich will ein bisschen Kunst machen. Mehr oder weniger Kunst in Anführungszeichen. Also das, was ich mache, würde ich wahrscheinlich nicht als Kunst bezeichnen. Aber ich möchte mich ein wenig künstlerisch betätigen in einem Livestream. Und ich hoffe, ihr habt Bock, einfach ein bisschen reinzugucken und einfach mal Hallo zu sagen. Reicht ja mal. Okay. Tschüsseli, das war's schon. Und ich hoffe, dass ihr ein wunderschönes Jahr 2023 habt. Und dass ihr natürlich auch ein wunderschönes Jahr 2022 gehabt habt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euer Jahr so war. Tschüsseli. 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 Tschüsseli.